Aus dem Nichts habe ich auf einmal 100 Abonnenten. Danke dafür. Seit fast 3 Jahren mache ich Videos. Ich habe ehrlich gesagt nicht mehr damit gerechnet, dass das noch was wird. Danke Jo Uli. Übrigens, könntet ihr mal Pedro Uli Bilder von euren Füßen schicken, damit wir seinen Fußfetisch befriedigen können? Vielleicht hört ihr dann auf Minderjährige zu belästigen.